So, weiter geht's! Ah, schon wieder Fahrradknopf, Mann! Das ist schon fast traurig. Mann, so einfach immer nur ein Haarschnitt. Du, der blöde Blütenleiter, und ich hab irgendwas im Auge, Mann, das nervt tierisch, in den Wimper, glaub ich. Huah! Bläh, bläh, bläh! Ah, gut, da wären Sterne drin gewesen. Verdammig! Da kann aber nicht auch nur Sterne drin sein. Wow! Okay. Ich lass doch nicht die arme Blume sterben, Mann. Bäh. Sie sieht so unnett aus. Nein! Ja! Der Stein hat mich zerdeppert. Und warum? Weil ich deppert bin. Scheiße, 620-Dem nur noch. Och, nö, komm, komm, nee, nee, oh! Oh, die ganze Passage nochmal! Nicht, dass es schwer ist, aber es dauert so lange hier da hoch. Hoch, 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 hoch. Kann ich in der Nase bohren, Mann! Du, 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 ich tanze mit... Ich spiel mit meinen Eiern. Ich spiel mit meinen Eiern. Ist ja wohl der Laufhin, Mann. Na, will ich ja weibliche Zuschauerin? Kann ich jetzt Yoshi noch spielen, ohne irgendwelche interessanten Gedankengänge zu haben? Und wie ich wieder Kindheiten zerstöre! Du, 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 du... Und Ostia! Ich will weiter! Ich will weiter! Ich will nicht warten, bis ihr Platon da kommt! Aber so viel Wasser haben wir jetzt nicht nochmal machen müssen, aber trotzdem. Also wir haben halt auf einmal mitgenommen. Ich hielt es dann doch viel effektiver. Hier ging es auch runter, oder? Ne, hab ich gedacht, gar nicht. Hier war es mit den Bomben und den Sternen. Fand ich wieder interessant für mich. Ach ja. Wieder zurück, oh. Schwarz, wenn der Felsenhagel trifft, ist echt verdammt gut. Die Kamera wollte nicht runtergehen. Haha, nein! Was ist das jetzt? Ja, wir haben alles. Nein, wir fehlen... Oh. Zehn Sterne. Hätte ich dieses Item aus der Seine eingesetzt. Finde den Bonusballon. Ah, hab ihn. Ja, ich habe gewonnen und kriege Plus-Sterne. Dann kann ich 100% holen. Aber ich bereue das nicht mal später, wenn ich irgendwo brauche. Egal, dann werde ich eben sterben. 100% Also, wenn ich jetzt mal ein Minigame... Finde ich sowieso fair, wenn es 100% ist, dass man automatisch ein Minigame bekommt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Na, super, baby, homerun. Oh, das gefällt mir aber irgendwie gar nicht. Äh, taucht das Pfeilzeichen mit einem Ei und wundere dich nicht, wenn das Ei einen Turbogang einlegt. Okay. Quatsch. Autscher. Hör doch mal ein Ei wieder, Mann. Du Ei-Aberhalter, du. Der sinnloseste Schalter aller Zeiten. Oh, was ist denn eine Bubble-Wolke? Bei dem gab es da auch noch einen Boss, oder? Irgendwie war mir so. Finde ich schade, dass es nie einen Shy Guy-Boss gab und gibt. Da ist nur ein Leben drin. So würde ich dir doch mal irgendwas anderes. Irgendwas weniger völlig Sinnloses. Meins, 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 moins, moins. Ich bin eine Blume, ich muss sie fressen. Ja, gute Frage. Wie rum, wo rum, warum? Warum, wo rum, wie rum. Oh, ah, ah, das war idiotisch. Auf zu schreien, Mann. So eine Oni-Aberhalter, die ich nicht le... Ah, gut. Schwuchtel, Mario, verstehe schon. Da gibt es hier keine Marken-Home-Runge-Stelle. Okay. Na, dann sag mal, was du kannst, Baby Mario. Baby Mario-Power. Baby, whoopee, go, bird. Yay, boopee. Warte, was war zum Geier? Was ist denn da losgelassen? Da kommt Yoshi nämlich nicht durch. Diese Game-Schlager sind nämlich Instant-Killer für Yoshi. Oh mein Gott, die Eier verfolgen mich. Ich stehe im eierhaften Mittelpunkt. Mann, das ist doch eierhaft. Und out. Äh. Das war jetzt Zufall. Mann, du musst auch fangen, Mann. Idiot. Drei rote Münzen und eine Blume. Äh. Das geht auf die Prozente. Oh. Eine Eisfrucht. Habe ich auch noch nie gesehen bisher in dem Speicher. Eingefroren Brösel. Gut, bei euch bräuchte ich das nicht verspenden. Ah. Sonst hier noch irgendwas. Ah, Eier. Gut, ich stehe auch noch ganz dringend. Ich muss mir die Eier schaukeln. Du da. Du da. So. Einmal da hoch. Und wir haben ja eine rote Münze. Woopie. Nix. Oh, hey. Immerhin ein bisschen was. Ah, Blume. Und wir haben wieder unseren Mund frei. Okay, ich bin außerdem zerquetscht. Lass mich. Nein. Oh, pfuh. Guck. Habt du Diebe schon... Hat die mir gerade neigeklaut? Ah. Ich sag, irgendwie hink ich da kurz fest. Tja, wenn Yoshi das in der Zukunft noch könnte, wären einige Male Spiele einfacher gewesen. Ich kann das mit den Eiern schießen. Hm. Scheiß drauf. Ich hab eh nicht 100%. Ich soll sagen, es wird gestürzt. Das fühlt zu lange Spaß. Ah. It's Maulwurf time. Ich hab eh nicht mehr. Wupp, 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 wupp. Ich sehe alle aus wie rote Münzen. Ich stehe nicht durch, damit ich den Weg nicht mehr laufen muss. Dankeschön, dankeschön. Ja, ich bin ein Genius. Jetzt gehen wir hier lang, da lang. Dann hier lang. Jetzt fängt das Heil da. Oh, da war noch eine rote Münze. Und... Bling. Klo. Da wird dir sogar dieses Stahltypen platt. Obwohl ich deren Tod gar nicht im Sinn hab. Also tut mir nicht ziemlich leid um die. Ehrlich? Das tut dir wirklich leid um die, Fischer? Wir versuchen dich zu töten. Na und? Versucht McDonald's auch. Hase ich McDonald's deswegen. Wo tut's hier denn los, Land? Ja, sehr witzig. Das wollte. Hm, irgendwie zu einer Waschpulver. Ob ich meine Waschmaschine nicht explodiert. Da geht's auch nicht lang. Scheiße, aber die Sterne mal. Ich bin hier durch. Ey, das muss aber noch frustrierend sein, das eine Blume darzustellen. Oh, geschafft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das schaffe. Uah. Das ist doch mal eine von den kleinen Ratten. Das wäre doch mal was hilfreiches. Dun, dun. Oh, wieder nichts. Ich schaff das hier trotzdem. Auch ohne ein Bonusbill. Na, diesmal fehlt mir mal viel. Immer nur noch über 65%. Da, da. Bu-du-bu-bu-du-ba-da. Oh, das ist glaube ich mit dem fliegenden Kondom. Gut, dann machen wir erstmal einen Schnitt. Ich danke fürs Zusehen und sage Bye-bye.